Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpionaszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juni 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Ihr habt in der ersten Monatshälfte noch besonders schöne Romantiksterne. Danach wird es etwas stressiger. Skorpione der ersten Dekade spüren schon, dass sich Veränderungen in ihrem Leben anbahnen. Das schauen wir uns gleich genauer an. Falls ihr ein ganz persönliches Anliegen habt, könnt ihr mich jederzeit für eine Beratung erreichen. Alle Infos dazu verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. Ihr solltet unbedingt bei meiner Verlosung mitmachen, denn diesmal gibt es eine Uranus-Beratung zu gewinnen. Uranus bringt ja den Wind des Wandels mit sich und das bei euch im Partnerhaus. Deswegen ist das für euch besonders wichtig, mehr darüber zu erfahren. Schaut euch dazu bitte auch mein Special an über Uranus, Wind des Wandels. Und da habe ich auch wieder ein spezielles Beratungsangebot für euch. Aber mit etwas Glück könnt ihr die Beratung auch hier gewinnen und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Deshalb bleibt dran. Und jetzt schauen wir, wie eure Sterne im Juni stehen, euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen. Diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop. Das gibt es als Video und auch als Buch zum Nachlesen. Die Sterne stehen Anfang Juni ideal für einen Urlaub oder für eine schöne kulturelle Unternehmung, zum Beispiel durch einen Städtetrip. Ihr könnt der Liebe auf Reisen begegnen oder mit eurem Schatz etwas Schönes erleben, was euch dann auch danach noch lange als Erinnerung verbindet. Falls ihr alleinstehend seid, sorgt der Jupiter in eurem Zeichen dafür, dass ihr recht zufrieden auch alleine vor euch hin werkelt und Tätigkeiten nachgeht, an denen ihr Spaß und Freude habt. Etwas schwierig werden die Tage vom 5. bis zum 8. Juni. Vielleicht gar nicht für euch persönlich, aber wenn ihr zum Beispiel einen Partner aus den Zeichen Krebs oder Steinbock habt. Ihr solltet euch bei Auseinandersetzungen sehr empathisch und feinfühlig zeigen, denn eure Mitmenschen sind in dieser Zeit sehr empfindlich. Selbst wenn ihr in der Sache recht habt, kann eine Auseinandersetzung dazu führen, dass jemand tief beleidigt ist oder dass die Sache unter die Gürtellinie geht. Dazu kommt, dass der Mars etwas stressig für euch steht. Das betrifft jetzt erstmal die erste Dekade der Skorpiongeborenen. Eventuelle Störungen zeigen sich im Bereich der Familie oder auch eures Heims oder eurer Wohnsituation. Vielleicht gibt es Auseinandersetzungen mit einem Familienmitglied, wohl am ehesten einem Sohn oder Schwiegersohn, jedenfalls ein jüngerer männlicher Typ. Es kann auch sein, dass ihr euch für den Sommer eine Renovierungsarbeit vorgenommen habt und das kostet mehr Zeit und Energie als gedacht. Und ganz generell ist man immer gereizt, wenn man Mars Entspannung zur Sonne hat. Und diese Spannung verstärkt sich im Laufe des Monats noch. Am 13. Juni haben wir den Neumond im Zeichen Zwillinge. Gleichzeitig wechselt auch die Venus das Zeichen. Sie geht dann in den Löwen und aktiviert bis zum 9. Juli den Karrierebereich eures Horoskops. Das ist erstmal prima, denn dann könnt ihr euch gut darstellen und durch ein charmantes Auftreten überzeugen. Am selben Tag wechselt auch der Merkur ins Zeichen Krebs. Das ist ein günstiger Aspekt zur Skorpionsonne und hilft euch auch dabei, Pläne zu machen. Für die Neumond-Meditation würde es sich eignen, dass ihr mit eurem Partner gemeinsam überlegt, was ihr in diesem Sommer unternehmen wollt, wodurch ihr euch gemeinsam weiterentwickeln könnt, zum Beispiel. Und das ist ideal, wenn man mit seinem Schatz die gleichen Interessen teilt. Am 15. und 16. haben wir allgemein ein sehr schönes Partywochenende, wobei gerade am 15. die Sterne für euch sehr romantisch stehen und Singles besondere Möglichkeiten haben, jemand Aufregendes kennenzulernen. Angenehme Liebeskonstellationen habt ihr auch noch am 18. und 19. Juni. Währenddessen baut sich zwischen den Liebesplaneten Venus und Mars eine starke erotische Spannung auf. Und diese Phase geht bis zur Sommersonnenwende am 21. Juni und an dem Tag geht dann mittags um 12.07 Uhr die Sonne ins Zeichen Krebs. Sie aktiviert dann für die kommenden vier Wochen euren Bereich der Reiselust und eure Neugier auf Möglichkeiten zur Persönlichkeitsentwicklung. Ihr könnt euch ja überlegen, in der Zeit an einem interessanten Seminar teilzunehmen oder euren Urlaub mit der Möglichkeit, etwas dazuzulernen zu verbinden. Die Sommersonnenwende läutet auch einen heißen Liebessommer ein. Und das werdet ihr auch ganz direkt spüren. Denn die Liebesplaneten stehen in Spannung zur Skorpionsonne. Das lässt euch also nicht kalt. Dabei steht die Venus eben hier im Karrierebereich eures Horoskops. Das bringt die Gefahr mit sich, dass man sich mit jemandem aus der Chefetage einlässt oder generell im beruflichen Bereich eine Affäre anfängt, was dann zu Verwicklungen führen kann. Auf der anderen Seite habt ihr den Mars im Bereich der Familie, was irgendeine Baustelle anzeigt. Entweder durch einen Konflikt mit Familienmitgliedern oder ganz im wörtlichen Sinne eine Baustelle im Haus, die sich auch nervig entwickeln kann. Vielleicht ist es auch einfach so, dass ein Sohn euch eine neue Liebe präsentiert, die euch erstmal nicht gefällt und damit müsst ihr dann fertig werden. Oder es zieht ein Familienmitglied aus oder ein, was mit Umständen verbunden ist, die euch vielleicht nicht gefallen. Die Geburtstagskinder aus den ersten Tagen des Skorpionzeichens haben ja nun Uranus frontal zur Sonne stehen und das kann auch eine neue heiße Liebesbegegnung anzeigen. Aber wahrscheinlich ist es erstmal jemand, der gar nicht richtig zu euch passt. Schaut euch das erstmal eine Weile an, bevor ihr euch da näher drauf einlasst. Es kann auch ein Strohfeuer bleiben. Wenn ihr euch an die 90-Tage-Regel haltet, also erstmal drei Monate abwartet, bevor ihr ernsthafte Pläne mit der Person macht, kann euch das auf jeden Fall vor Enttäuschungen schützen. In der Nacht zum 27. Juni wird der Mars rückläufig und das für die kommenden zwei Monate bis zum 27. August. Welche Baustelle ihr nun auch immer am Laufen habt mit diesem Mars, das kann sich zäh hinziehen bis Ende August. Wenn ihr wirklich Handwerker in der Bude habt, bleiben die Maßnahmen irgendwo stecken. Wenn es Auseinandersetzungen mit der Familie gibt, kann ein Konflikt, der gegen Ende Juni beginnt, dann erstmal zwei Monate weiter schwelen. Deshalb würde ich euch raten, ganz gelassen zu bleiben und euch nicht provozieren zu lassen. Es lohnt sich wirklich nicht, sich den Ärger nach Hause zu holen. Wenn ihr jetzt Druck ausübt, macht ihr die Sache nur noch schlimmer. Am besten, ihr lasst alles stehen und liegen und fahrt erstmal in Urlaub. Denn dafür stehen die Sterne zwischen dem 21. Juni und dem 21. Juli wirklich besonders gut. Ihr könnt davon ausgehen, dass die Dinge dann im Laufe des Septembers wieder in Gang kommen. Das betrifft sowohl eure häusliche Situation als auch eventuelle Liebesangelegenheiten. Aber erst gegen Ende November habt ihr in der Liebe wirklich Klarheit, weil vorher auch noch die Venus rückläufig wird und das bei euch im Zeichen. Es kann durchaus sein, dass auch ihr selbst es euch nochmal anders überlegt oder dass ihr zu jemandem zurück möchtet, den ihr bereits verlassen habt. Bei allen Angelegenheiten, die erst im Sommer begonnen haben, solltet ihr noch keine Entscheidungen treffen, die langfristige Konsequenzen haben. Das gilt natürlich nicht, wenn es um Dinge geht, die ihr schon lange vorher begonnen hattet und die sich zuverlässig entwickeln. Aber was im Sommer beginnt, kann sich alles noch einmal ändern und erst im Herbst endgültig beurteilt werden. Ihr könnt euch das alles nochmal in meinem Jahreshoroskop anschauen oder im Buch durchlesen. Da habe ich das schon ausführlich für euch gedeutet. Das waren eure Konstellationen im Juni. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebes- oder Finanzsituation entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel nutzen, um zu erfahren, wo der Wind des Wandels mit Uranus jetzt durch euer Leben weht. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Uranus-Beratung zu gewinnen. Darin erfahrt ihr, welche aufregenden Veränderungen mit Uranus für euer Leben anstehen. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten, konstruktiven Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch unbedingt mein Special über Uranus an, Wind des Wandels. Und, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch meine Videos über Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.